Hallo und herzlich willkommen mal endlich wieder zu einem von meiner Videos zu 1000 Aufrufe für ein Special Video Let's Battle Minecraft und da gehts los! Los gehts, los gehts, los gehts, los gehts, los gehts, los gehts, los gehts! Wir sammeln hier Truhen. In den Truhen sind Sachen. Oh ja, ich hab die richtig! Ah, ich hab einen Steinschlepp gefunden! Loot, 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 loot! Hey, verschlecht mich! Das gilt nicht! Ah, Dominik! Erste Zeit des Friedensfassens! Mach Wiedererschein! Mach Wiedererschein! Hast du Alina stand? Geh da, geh zu deinen... Oh! Ah, da ist so eine Erdtreppe, da ist so eine Erdtreppe! Alina, bleib da, Dominik! Du musst zur Strafe stehen bleiben! Bleib da stehen! Bis Alina da ist! Du musst zur Arena! Du gehst in die falsche Richtung! Geh doch zur Arena, zu den Glaskuppeln! Da kann man rein mit der Erd... Oh, was für ein Fail schon wieder! Gut, sagen wir... Bis... Solange... Äh... Bis jeder mindestens eine Truhe gefunden hat, ist Friedenszeit! Oder die ersten... 30 Sekunden! Lass Alina mal... Da, geh die Treppe hoch! Und dann spring in die Arena und geh zu deinen Sachen! Essen muss man für auch finden! Geh zu... Dominik ist da doch irgendwo! Dreh dich! Oh! Da ist Dominik! Da ist Dominik! Sammle deine Sachen ein, deine zwei Wurftränke, da ist noch einer! Und jetzt! Und wenn zwei Minuten und zehn vorbei sind... Und es geht weiter! Wenn zwei Minuten und zehn vorbei sind, dann ist es Kampfhals! Ich sag dann Bescheid! Ich geh in die Pyramide! Ah ja, du musst Truhen finden, gell? Ja, ich weiß! Ich komm damit hoch! Ich geh auch in die Pyramide! Oh! 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 Du hast eh nichts mehr drin! Ja, dann öffne sie! Scheiße, nichts drin! Lute, 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 Luten, Luten, Luten! Da ist der Truhe! Hä, du musst... Du kannst mit Y einfach draufgehen, Alina! Jetzt darf man kämpfen! Oder nee, warten wir noch bis drei Minuten, damit man sich ausrüsten kann! Übrigens hinten am Wasser da! Da sind auch Truhen, gell? Bei den Spinnnetzen! Ach, hier ist schon wieder was! Hä, du hast noch keinen... Du hast TNT gefunden! Ja, toll! Du, also zieh mal deine Rüstung an! Zieh mal deine Rüstung an! Noch nicht! Nein, jetzt hab ich mir nachts nicht dran gegeben! Oh, scheiße! Ja! Ich hab einen Dierhelm und einen Bogen! Und ich hab Pfeile! Oh! Und ich hab... Alter! Sagen wir... Man hat noch eine Minute jetzt! Man hat jetzt noch eine Minute! Ja, die hab ich gebaut! Rüste dich aus, Alina! Man hat jetzt noch eine Minute, um sich auszupsten! Boah, ich hab Geschwindigkeit! Ich kann mir Geschwindigkeit können! Anziehen! Nein, wir sind schon alle genauer! Alter! Alter, hab ich gar... Alter, ich... Ich hab zwei Heiltränke! Warte, jetzt muss ich erstmal... Jetzt muss ich... Ich chillen, chillen, chillen! Das ist mir hier weg! Und dann noch... 40 Sekunden eigentlich hast du noch! Du hast noch 40 Sekunden! Was ist denn das? Ich geh nur schnell, schnell! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ja, Pech! Dahinten ist noch eine Truhe! Du solltest da nicht... Du solltest da nicht... Du solltest da nicht... Bist so dumm! Jetzt kommst du da nie wieder! Jetzt ertrinkt Alina mal eiskalt! Eigentlich dahinter ist eine Truhe! Dahinter! Hinter den Holz! Du darfst da nicht reinfallen! Du darfst da nicht reinfallen! Hinter dem Holz! Da ist eine Truhe! Da! Du musst auf die Truhe gehen! Du darfst nichts abbauen! Ja! Und jetzt öffne die Truhe! Du hast einen goldenen Apfel gefunden! Und... Es ist noch... Es ist noch ein Zaubertisch da! Okay, man hat immer noch eine Minute! Weil Alina es nicht schafft! Ich habe eine goldene Karotte! Und dir! Ein Steinschwert! Dann kann man verzaubern! Alina! Geh doch zu Verzauberungstisch! Du hast doch Level! Nimm deine Level! Nimm deine Level! Du musst die Level doch erstmal nehmen! Ahja! Du musst... Dominik! Was machst du denn? Du stoffst jetzt! Ich renne jetzt mal weg! Noch nicht kämpfen! Und wenn, dann geh mal... Geh gleich auf mich! Aber bis 6 Minuten! Immer noch eine Minute 15! Sorry, liebe Zuschauer! Die Grafik ist dafür einigermaßen gut! Du darfst noch nicht kämpfen! Du darfst noch nicht kämpfen! Äh, sorry! Wir kriegen hier gerade irgendwie nicht so viel zustande! Wow! Oh! Dann... Stärke 1! Jetzt kannst du viel machen! Ja, zieh deine Rüstung an! Dominik! Du kannst doch erst auf mich gehen! Aber noch nicht! Zieh die Rüstung doch an! Nein! Alina! Du... Oh! Nimm deinen goldenen Apfel! Du musst ja nicht damit machen! Den kannst du essen! Dann kriegst du Effekte! Dann kriegst du extra Herz und Regeneration! Domi! Du kannst jetzt herkommen, wenn du dich traust, gell! Eisenfeier! Oh! Nicht jetzt! Im Kampf! Und jetzt zieh deine Rüstung an, Mädchen! Du kannst gar... Du kannst den Eisenschwert craften! Geh auf Schwert! Du kannst zu mir kommen, gell! Komm, Junge! Lass nicht auf Alina gehen! Ich crafte jetzt hier! Oh! Sie hat eine Eisenschwert! Garnier! Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Oh nein! Der hat sich da angekriegt! Da bin ich! Ich hab keine Hunger behalten! Wo ist der Typ? Jetzt geh ich auf ihn drauf! Jetzt geh ich auf ihn drauf! Jetzt geh ich mit Speed! Jetzt hol ich mit dich, du Junge! Yes! Ich geh mal ins Haus! Ich tolte dich jetzt, Alina! Ich geh aber jetzt erst ins Haus! Ja komm, wir gehen gut schlafen! Oh, im Haus ist ja... Die G-Domina! Halt ihn! Äh... Guck uns zu! Bleib auf dem Glas noch ein Konzentrum! Oh! Da ist nichts mehr drin! Das hat Dominik schon gedudelt! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Alter, ich hatte Haltringe und Stärkenbogen! Alter! Äh, wer ist... Wer steht da? Dominik kann nicht schlafen! Wieso? Dominik, komm mal ins Haus! Komm mal ins Haus! Komm mal ins Haus! Und geh schlafen! Wenn du noch eine Truhe findest, dann kannst du auch noch mitkämpfen! Jeder hat zwei Leben, okay? Jeder hat zwei Leben! Und Alina und ich müssen jetzt erstmal gegeneinander kämpfen! Alina und ich müssen jetzt erstmal gegeneinander kämpfen! Und Dominik hat noch ein Leben! Also die kann noch Sachen finden, wenn er noch welche findet! Noch nicht, Alina, gell? Hey, Dominik! Dominik noch nicht! Du sollst jetzt... Alina und ich müssen gegeneinander kämpfen! Du musst Truhen finden! Die voll sind! Es gibt noch bestimmt Truhen! Guck da hinten! Bei den Spinnennetzen! Guck bei den Pferden! Keine Ahnung! Ich bin gerade schon fertig! Ich muss mich ausrüsten, Alina noch! Gut, du kannst kommen, Alina! Ich geh' dich jetzt! Mann! Battle! Hallo! Nein! War da schon jemand bei der Truhe? Nein, eben nicht! Und ich komm da fast hoch! Du musst gut springen! Du musst mit... Bam! Was ist denn? Es ist Battle! Okay, du darfst noch probieren, die Truhe! Die ist leer! Okay! Jetzt kann's! Was ist leer? Die Truhe ist leer! Aber es ist nichts mehr drin! Weil da nichts mehr drin ist! Komm her! Es ist ein Battle! Das ist ein Battle! Warte! Warte, ich geb dir Essen! Ich geb dir Essen! Ich geb dir ein Essen und ein Holzschwert! Wen? Oh, ich hab' ne Eisenspitzehacke! Oh, Dommi! Dommi, bist du da hochgekommen! Dommi! Ich geb' dir ne Eisens! Der steht da hoch! Dommi, ne, jetzt sammel ein! Ich geb' dir noch was! Dommi, den kann ich heißen! Gleich! Jeder kriegt noch ein zweites Leben! Machen wir ne Regel, dass der andere die Sachen geben muss, die er nicht braucht! Okay? Okay! Ist jetzt ne Regel! Hast du Essen? Los geht's! Noch nicht! Ich will Dominik Sachen... Jetzt hat sie den Bogen eingesackt! Ne, das war Dominik! Ich muss Dominik noch Essen geben! Und eine! Du schnickst gerade, sieh das! Hab' ich selber nicht! So, warte! Lass mich kurz wegrennen! Dann kommen wir kämpfen! Auf die! Plätze! Fertig! Los! Dominik, du darfst mitkämpfen! Aber sei nicht parteiisch! Meine Pfeile sind weg! Hast du meine Pfeile? Alina, guck mal an dein Inventatum! Ja, ich hab' einen Pfeil! Wie viel? Guck mal an dein Inventatum noch mehr! Nee! Hä? Nein, ist nicht mein Bogen! Ich hab' keine Pfeile mehr! Ja! Da ist ein Pfeil! Oh, danke für den einen Pfeil! Ah, Dominik, hast du meine Pfeile! Sei... sei... Keiner! Scheiße, ich hab' meine Pfeile vorne! Okay! Dann müssen wir jetzt so kämpfen! Ich sneak' Ja! Dominik, sei nicht parteiisch! Aufgefährt ist ganz laut! Domi! Wo bist du? Na oben! Na klar doch! Nein! Ja! Oh! Mann, Mann, Mann! Nichts! Man hat für mich dieses Pfeil schrungen! Dingsdommi! Nein! Yes! Mann, ich... Ich... Ja, du kriegst noch Sachen, die wir nicht brauchen! Ja, toll! Ihr habt jetzt mein Eisenspieler! Nein! Du kriegst dann die Sachen, die wir nicht brauchen! Dominik, komm auf! Hör auf! So ist ein Battle! Alle meine Sachen sind weg! Ja, Pech! Du kriegst jetzt die, die wir nicht brauchen! Warte, komm mal her! Genau! Und mein Verzauberes Ding kriegt ihr auch, oder wie? Warte, meine Damen und Herren! Ja, ich hatte Verzauberes... Ja, Pech! Na gut, das kriegst du noch! So ist ein Battle! Wenn es nicht... Dominik hat es eisig weit gelootet, oder? Oh, jetzt habe ich meinen Truncheur verloren! Jetzt komm doch einfach mal her, Alina! Jeder kriegt zwei... Nein! Jetzt komm her! Dominik, nein! Nein! Jetzt komm her! Nein! Sonst bist du desqualifiziert! Alina, ich will dir doch nur helfen! Jetzt komm her! Hier! Warte! Eine goldene Karotte! Hast du noch ein Steinschwert? Herr, gibst du dir dein Eisenschwert? Boah, jetzt kriegst du sogar dein Eisenschwert! Jetzt ist er sogar so nett! Warte! Und deinen Brustpanzer kriegst du auch wieder! Über den Rest, den Fall kriegst du... Du kriegst noch einen Holzschwert, falls er eins kaputt geht! Hast du jetzt noch, äh... Warst du jetzt Eisen? Zieh den Brustpanzer an! Bro, jeder hat zwei Leben! Oh, ich hab noch alle zwei Leben! Kannst du weitergehen? Ja! Go! Hey, ich kann die goldene Karotte nicht essen! Weil du keine Hunger war... Wir spielen auf Friedlich! Da können wir gar nichts essen! Ja, okay! Los! Weiter! Weiter, 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 weiter... Nein! Scheiße! Alter! Domi! Äh, Grinze! Du hast Dominik getötet! Nein! Alter, du! Dominik, du hast keine Leben mehr! Du musst jetzt weg! Du hast keine Leben mehr! Warte, warte, Dominik! Ich geb dir was zu! Nein, Dominik hat keine Leben mehr! Und er braucht kein Essen, weil es eh kein Essen gibt! Ja, aber er kriegt... Jetzt ist Endbattle! Und ich hab noch zwei Leben und nur noch eins! Es geht los! Es geht los! Ah, nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Los, los, los! Nee! Alter! Nur mal! Getroffen, getroffen! Nein, scheiße! Oh, mein Gott! Halt rein! Halt rein! Halt rein! Halt rein! Oh, scheiße! Komm noch her! Wir kommen! Wieso weinst du mich? Ich sneak immer! Hält du dich! Jetzt kommt der Todesschlaf des Todes! Ohne, ohne... Okay, lauf! Jetzt lauf! Hör auf zu sneaken! Ohne sprinten! Okay, ohne sprinten! Dann geht's nicht weiter! Oh, du musst dir wieder vorne leben! Okay, komm! Du hast nur regeneriert! Jetzt komm ich! Du musst kämpfen an mir! Ich kenne dich doch! Ich kenne dich! Nein! Scheiße! Nein! Fuck you! Tschüss! Bist du schon wieder tot? Oh, Entschuldigung! Ich habe aber noch ein Leben! Jetzt musst du mir alle Sachen geben, die du nicht brauchst! Und das Haus ist eingefackelt! Ups! Nicht ups! Lass mich da schnell loschen! Scheiße! Warum ist das Haus angefackelt? Das ist nicht lustig! Ich lass mich da schnell loschen und komm mal weiter kämpfen! Ich hab... Ich hab dieses... Nein! Da oben ist noch was! Hallo! Dominik, jetzt hör auf! Alle räum jetzt mal auf! Helft mir mal zu löschen! Helft mir mal zu löschen! Helft mir mal zu löschen! Einfach... Einfach aufs Feuer draufschlagen! Schlag drauf! Schlag drauf! Dominik, helft mal! Helft mal! Helft mal! Alles gelöscht! Löscht schnell! Löscht doch! Löschen! Löschen! Oh, alles ist gelöscht! Okay! Hier ist noch was! Hier ist noch was! Mach schnell weg! Und jetzt komm, gib mir alles, was du nicht brauchst! Du musst mir jetzt alles geben, was du nicht brauchst! Das brauch ich nicht! Ups! Oh, nein! Nimm den Eimer und nimm das Wasser wieder weg! Wieder? Da vorne! Hier! Du musst da, wo du es gesetzt hast, musst du es wegmachen! Dominik kann da vorne nach oben zuschauen, dann haben wir nichts abbauen! Mach's weg! Ja! Ah, jetzt hab ich's doch... Mach nicht... Mach mehr weg! Du musst... Da! Da! Ja, genau da! Ja, und jetzt gib mir alle Sachen, die du nicht brauchst! E? Bogen! Die Eisenspitzhacken! Die Eisenspitzhacken brauchst du nicht! Mit der kämpfst du ja nicht! Also kann ich die bekommen! Oh, wie geil! Kann ich den Brustpanzer aufs Räder nehmen? Den brauchst du auch nicht! Oh, ja! Ich frag dich mal! Und die Schuhe brauchst du auch nicht! Die hast du auch an! Die Schuhe kannst du mir geben! Brauchst du gar nicht so rumtanzen! Oh, du Idiot! Okay, dann geh! Okay! Da wollen wir nichts mehr wegnehmen! Nein, doch! Ich nehm mir jetzt, was du nicht brauchst halt! Was... Was nicht... Was du nicht brauchst zum Kämpfen! Was mir nicht gehörte! Nein, was du halt nicht brauchst! Okay, was mir... Was ihr nicht gehörte! Okay! Das ist so dumm! Das ist so dumm! Und das TNT nehm ich mir natürlich auch gerne mit dem Feuerzahn! Und das TNT nehm ich mir natürlich auch gerne mit dem Feuerzahn! Was? Wer schlägt mich da? Ja, du bist ein Cactusmädchen! Wieso? Warte, jetzt können wir gleich weitergehen! Ich hätte doch voll viel genommen! Ich hab dir das genommen, was du nicht brauchst und was dir nicht gehört hast! Was hast du genommen? Die... 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 Die Rüstung... Das TNT gehörte mir! Das gehörte gar nicht dir! Das hat die... Das hat... Ich gehörte mir! Ich hatte TNT! Okay! Das benutzt du eh nicht! Okay, dann krieg's keiner! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay... Okay, warte! Das benutze ich dann nicht! Okay, jetzt kann losgehen! Weiter! Ich bin's nicht verändern! Ich bin's nicht verändern! Ich bin's nicht verändern! Mit dem Eisenschmetter! FINALES BATTLE! Wer jetzt gegen wen? Ich... Ich gegen dich... Was? Ja! Ja! Nein! Elitilpancen! Nein! Okay, Leute! Ich hoffe euch hat dieses Tausend-Augens-Verbände auf... ...der Sie von mir selbst überhaupt nicht gefallen! Und Dominik damit spielt mir auch spät. Und... Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!